Verstoßen Kapitel 2 Rückblick Neun Jahre zuvor Der achtjährige Sam saß neben seiner Mutter und seinem Vater am Wartezimmer der Krankenstation des Dorfes. Der kleine Junge war nervös. Heute würde er erfahren, was für einen Rang er im Rudel haben würde. Er hoffte, dass er ein Alpha war, wenn das auch eher unwahrscheinlich war, denn dafür war er eindeutig zu klein, schwach und anfällig für Krankheiten. Das war auch der Grund, warum seine Eltern ihn zwar mehr oder weniger aufzogen, aber wirklich um ihn kümmern taten sie nicht. Sam wurde vom Rudel erzogen. Er war immer der erste und letzte im Rudelkindergarten gewesen und jetzt nach der Schule verbrachte er die meiste Zeit mit den anderen Jungwölfen beim Spielen im Dorf oder im nahen Wald. Nach Hause ging er nur zum Essen und zum Schlafen. Sam konnte sich kaum daran erinnern, dass seine Mutter oder sein Vater ihn einmal in den Arm genommen hatten. Ben, der ältere Nachbar, der sich hauptsächlich um Sam kümmerte, meinte nur, dass er ihnen nur Zeit geben müsste und dass nicht jeder dazu geboren sei, Kinder zu bekommen. Sam hatte es so hingenommen. Er wusste, tief im Innern liebten seine Eltern ihn. Nun saßen sie hier und warteten. Mit acht Jahren ließ sich anhand des Blutes feststellen, zu welchem Rang ein Werwolf gehörte. Später in der Pubertät setzte jeder Werwolf Pheromone frei, die dem zeigten, welcher Rang er inne hatte. Aber so lange wollten die meisten Eltern nicht warten. So auch Sams Eltern nicht. Plötzlich ging die Tür zum Behandlungszimmer auf und Sam schreckte hoch. »Und dann kommt mal«, sagte Dr. Alexander Martin freundlich lächelnd. Sams Vater schob seinen Sohn in den Raum und hob ihn auf die Behandlungsliege, während er und seine Frau sich auf die Stühle vor dem Schreibtisch des Arztes setzten. »Also es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber ich wollte sicher gehen, dass kein Fehler vorliegt«, begann der Arzt. »Sicher gehen? Warum?«, fragte Michael White sofort. »Nun, Sam... Also, es hat sich rausgestellt, dass Sam ein... ein Omega ist«, sagte Dr. Martin und sah zu dem Jungen, der ihnen ängstlich entgegenblickte. »Omega? Aber wie konnte das sein? Sam wusste, dass nur Frauen diesen Rang hatten. Omegas waren relativ selten, das wusste er auch, und sie waren die rangniedrigsten Mitglieder im Rudel. Sams Herz begann zu rasen, seine Hände schwitzten und er blickte abwesend an die kahle Wand des Raumes. »Omega? Das kann nicht sein. Nur Mädchen haben diesen Rang«, sagte Catherine White zitternd. »Nun, das stimmt. Aber es gibt Ausnahmen. Männliche Omegas sind sehr, sehr selten und etwas Besonderes«, sagte Dr. Martin. »Besonders? Sie sagen mir gerade, dass mein Sohn einmal einen männlichen Gefährten haben wird, was schon abartig genug ist. Und noch schlimmer, mit diesem wird er dann Kinder bekommen? Er wird immer ein Schwächling bleiben und am Ende der Rudel-Hierarchie stehen. Und Sie sagen, es sei etwas Besonderes.« Donnerte Michael White jetzt. »Hören Sie, Michael. Ja, Sam ist besonders. Ja, er kann einmal Kinder bekommen und gerade deswegen ist er wichtig für das Rudel. Außerdem haben viele Omegas besondere Fähigkeiten. Warten wir es doch ab. Alles Wichtige zum Thema Heat und Medikamente, um die Pheromone zu unterdrücken, können wir gerne ein anderes Mal besprechen. Jetzt lassen Sie das erst einmal sacken und dann sehen wir weiter«, sagte Dr. Martin beschwichtigend. »Wir werden gar nichts sacken lassen. Das ist nicht mehr mein Sohn und Basta«, sagte Michael White und stand auf. Seine Frau folgte ohne ein Wort. »Was soll das heißen?« »Das soll heißen, wir verstoßen ihn. Soll sich kümmern, wer will, aber wir sicher nicht mehr. Ein Omega, ich fasse es nicht«, sagte Michael und stürmte nach draußen. »Aber Cashin, das können Sie doch nicht machen. Ohne das Rudel überlebt Sam nicht lang.« »Nein, ich stimme Michael zu. Es tut mir leid«, sagte sie, doch dabei sah sie nicht einmal zu Sam. »Dieser saß noch immer auf der Liege. Er hörte Koda, seinen Wolf, in ihm heulen. Tränen rann seine Wangen hinab. Nun war er verstoßen worden. Und wenn nicht ein Wunder geschah, dann würde er bald irgendwo allein im Wald zurechtkommen müssen.« »Alles gut, Sam. Ich lasse das nicht zu. Bleib hier, ich kläre das.« Hörte er nun Dr. Martins Stimme. Er spürte eine sanfte Berührung am Kopf. Dann war der Arzt verschwunden. Weint rollte sich Sam auf der Liege zusammen. Alexander Martin rannte über den Dorfplatz zum Alpha-Haus. Er konnte nicht zulassen, dass der kleine Sam seinem Schicksal überlassen wurde. Aber er wusste auch, dass die Entscheidung der Whites endgültig war. Sie hatten den Jungen nie wirklich akzeptiert und nun musste eine Lösung her, die nicht beinhaltete, dass Sam im Wald ausgesetzt würde. »K-Kamron!« rief der Arzt, als er an die Tür klopfte. Es dauerte nur Momente, da öffnete der Alpha. »Alex, was ist denn los?« »Kannst du, kannst du kurz mitkommen?« »Wohin?« »Krankenstation.« »Okay, ist was passiert?« fragte Cameron, schloss die Tür hinter sich und folgte Alexander. »Ja, kann man so sagen.« sagte dieser. »Was erwartest du jetzt von mir?« fragte Cameron Escher, nachdem der Arzt ihm alles erklärt hatte. Sie standen inzwischen auf der Krankenstation vor dem Behandlungszimmer. »Nimm ihn auf, und du bist der Alpha, und er gehört zum Rudel.« »Cam, er ist erst acht Jahre alt. Er kann doch für das alles nichts.« sagte Michael. Der Alpha fuhr sich durch die Haare. »Ein Omega? Ein männlicher Omega? Das ist wieder natürlich, und ich soll ihn aufziehen?« »Camron, er ist nicht wieder natürlich. Ja, sie sind sehr selten, aber sie haben ihren Nutzen. Du weißt selbst, dass wir nicht gerade ein großes Rudel sind. Sam wird irgendwann mal wichtig sein, um dieses Rudel zu erhalten.« »Gab Alexander zu bedenken.« Cameron Escher seufzte tief. »Er hielt nichts von männlichen Omegas, und das würde sich auch nicht ändern.« »Aber der Arzt hatte recht. Man könnte den Jungen nicht einfach aus dem Rudel verbannen. Er wäre später nützlich.« »Also schön, ich nehme ihn. Muss ich auf irgendwas achten?« fragte er nun sichtlich wieder, Willig. »Noch nicht. Wenn er in die Pubertät kommt, dann hat er einmal im Monat die sogenannte Heat. Nur dann kann ein Omega schwanger werden. Dann sondert er auch besondere Pheromone ab, und also es wäre gut, wenn wir diese genau wie die Heat mit Medikamenten unterdrücken,« erklärte der Arzt. »Warum? Fallen sonst alle über ihn her?« »Es sollte ein Witz von Cameron sein, aber am Blick des Arztes erkannte er, dass er recht hatte.« »Na toll. Okay, dann kümmern wir uns darum. Also, wo ist er?« fragte er dann. »Im Behandlungszimmer.« »Cam, er ist erst acht. Er versteht nicht, was los ist, und seine Eltern haben ihn einfach zurückgelassen. Er wird vollkommen verängstigt sein.« »Sei bitte nett zu ihm.« »Bad Alexander nun.« »Schön«, sagte Cameron und trat in den Raum. Der kleine blonde Junge kauerte auf der Liege. Seine Augen waren rot und geschwollen. Als der Eifer in den Raum kam, hatte sich Sam noch kleiner gemacht und war ganz ans andere Ende der Liege gerutscht. »Komm mit,« sagte Cameron knapp. »Der dominante Eiferton wirkte.« Sofort sprang Sam von der Liege, aber in seinem Blick lag pure Angst. »Keine Sorge, Sam. Cameron nimmt dich auf. Du musst nicht weg,« sagte Alexander beruhigend. Sam konnte nichts sagen, nickte nur. »Mach schon.« Knotte der Eifer nun und ging voraus. Sam folgte ihm und war sich sicher. Sein Leben würde ab jetzt nur schlimmer werden. Von diesem Tag an war Sam eine Art geächteter. Hatten die anderen Jungwölfe vorher noch gern mit ihm gespielt, war er nun Luft für sie. Mehr noch, viele spuckten ihn sogar an oder liefen einfach weg, wenn er kam. Auch die Erwachsenenrodelmitglieder mieden den kleinen Omega. Vorher hatten sie ihn quasi mit aufgezogen, ihn versorgt, in den Arm genommen, mit ihm gespielt, aber nun sprach nicht nur mehr Ben mit ihm. Sam war von einem Tag auf den anderen unendlich einsam. Im Eiferhaus ging es ihm kaum besser. Er musste viele Aufgaben übernehmen, sei es nun putzen, waschen oder kochen. Caden, der zwei Jahre älter war, machte sich einen Spaß daraus, ihn zu quälen. Er zerstörte Dinge und schobbe Sam in die Schuhe. Die Prügel durch Cameron oder auch Diana waren für Sam immer schlimm. Sie glaubten nur Caden und nie ihm. Sam bekam wenig zu essen und nur alte Kleidung von Caden. Ein Jahr später, Sam war gerade neun geworden, lief er von der Schule nach Hause. Früher hatte er den Bus nehmen dürfen, so wie alle, aber jetzt musste er laufen. Jeden Tag, fünf Meilen hin und wieder zurück, egal wie das Wetter war. Als er an diesem Tag ins Dorf kam, wartete Caden bereits mit seinen Freunden Tom und Daniel auf ihn. Ohne ein Wort zog der elfjährige Caden Sam am Kragen in den Wald. »Hey, lass das, was soll das?« rief dieser und versuchte, sich zu befreien, aber ohne Erfolg. »Schnauze!«, knurrte Caden. »Was willst du denn?« »Du hast meine Schokolade geklaut, lüg nicht!« Sam erstarrte. Es stimmte. Er hatte seit Tagen nichts Richtiges zu essen bekommen. Die halbe Tafel Schokolade hatte Caden gestern weggeschmissen. Sam hatte sie aus dem Mülleimer gefischt und gegessen. »Aber du hast sie weggeschmissen!« stotterte er nun. »Na und? Wer sagt, dass ein dreckiger Omega wie du sie deswegen haben darf?« »Niemand, aber...« Sam keuchte. Ein Fausthieb traf seine Seite und er sackte zusammen. Ab da war alles nur verschwommen. Caden, Tom und Daniel schlugen auf ihn ein, so lange bis Sam das Bewusstsein verlor und blutend auf dem Waldboden lag. »Der hat genug«, sagte Tom. »Ja, lass uns gehen«, sagte Daniel und ging bereits in Richtung Dorfplatz. Caden warf einen letzten Blick auf Sam, dann folgte er seinen Freunden. Es vergingen Stunden und niemand vermisste Sam. Erst als Diana wollte, dass dieser das Abendessen machte und sie ihn nicht in seinem Kellerzimmer fand, fiel auf, dass er nicht da war. Auch wenn es nur um Sam ging, suchten die Eschers nach ihm. Caden sagte kein Wort und blieb im Haus. Auch ein paar andere Mitglieder beteiligten sich an der Suche. Dr. Alexander Martin war auch unter ihnen. Er war der Einzige, der Sam so nahm, wie er war. Der Einzige, der wollte, dass es dem Jungen gut ging. »Wersteckst du nur?« sagte er zu sich und dann roch er es. Blut. Es war nicht weit weg. Er rannte in den Wald und dann sah er Sam auf dem kalten Boden liegen. »Hier!« schrie er, um die anderen zu alarmieren. »Sammy, hey, mach die Augen auf!« sagte er, während er neben dem Kind kniete und dessen schwachen Puls tastete. »Was ist passiert?« Cameron stand jetzt neben ihm. Die anderen hielten sich im Hintergrund. Alexander beugte sich hinunter und hob Sam auf die Arme. »Was glaubst du denn? Jemand hat ihn verprügelt, oder denkst du, er war es selbst?« sagte er bitter und bahnte sich mit dem Jungen auf dem Arm einen Weg durch die, durch den schrei alarmierten Bewohner. Drei Tage sollten vergehen, ehe Sam wieder aufwachte. Die gesamte Zeit über war bis auf Alexander niemand bei ihm. Als er erwachte, spürte er, wie Koda sich weiter in ihn zurückgezogen hatte. Er schien so, als würde sein Wolf alles nicht mehr ertragen. Aber Sam wollte kämpfen, wollte nicht aufgeben und versuchen, seinen Platz im Rudel zu finden. Doch leichter wurde es für ihn nicht. Frügel bekam er häufig, sei es von Caden oder auch vom Alpha selbst, wenn er Fehler machte, oder mal wieder Essen stahl. Mist. Der inzwischen zwölfjährige Sam fluchte leise. Er musste den kleinen Garten umgraben und hatte sich an irgendetwas die Hand geschnitten. Es blutete sofort und schnell wickelte der Junge ein altes Taschentuch um die Hand. Dem Alpha und auch Diana wäre es ziemlich egal, dass er verletzt war. Dies wäre kein Grund, mit der Arbeit aufzuhören. Sam machte also schnell weiter und eine Stunde später hatte er alles geschafft. Er ging leise ins Haus. Caden war bei seinen Freunden, denn es war Samstag und keine Schule. Sam hatte sich vorgenommen, heute besonders gehorsam und fleißig zu sein, in der Hoffnung, dass er am Abend etwas zu essen bekommen würde. Der Alpha hatte zum Grillen geladen, bei solchen Festen fiel meistens etwas für den Omega ab. Ecken schnell in sein Zimmer und dann ins Bad. Er wickelte das Taschentuch ab und hielt die Hand unter den Wasserstrahl. Die Wunde war tiefer, als er gedacht hatte. Wäre er ein Alpha oder Beta, denn wäre sie längst am Heilen, aber bei ihm dauerte es fast so lange wie beim Menschen. Sam suchte ein altes Shirt und riss einen Streifenstoff ab. Dann verband er damit die Wunde. Am Abend saß Sam in der Küche auf dem Boden, während draußen im Garten und auf der Veranda die anderen Wehrwölfe feierten und lachten. Vor ihm auf dem Boden stand ein leerer Teller. Darauf waren ein Brötchen und eine Wurst, die in die Asche gefallen war gewesen. Sam war das egal, Hauptsache etwas im Magen. Seufzen stand er auf und machte sich an den Abwasch. Immer wieder brachte Diana Geschirr von draußen, damit Sam es spülen konnte. Es war bald Mitternacht, bis er fertig war und auch nichts mehr nachkam. Seine Hand pochte unangenehm und Schweiß stand ihm auf der Stirn. Er wischte gerade die Arbeitsfläche ab, als Cameron in die Küche trat. Wie immer wich Sam ganz automatisch etwas zurück. Der Eifer sah sich um, ehe sein Blick an dem kleinen, blassen Jungen hängen blieb. »Geh ins Bett«, war alles, was er sagte. Dann drehte er sich um und ging wieder nach draußen. Sam atmete erleichtert aus, hängte das Handtuch weg und ging in seine Kammer. Hier gab es kein Fenster, aber das Feuerwerk, mit dem die anderen den 4. Juli feierten, das hörte er. Am nächsten Morgen ging es Sam schlecht. Sein Kopf zersprang förmlich, er schwitzte und froh gleichermaßen, und ihm war unendlich schlecht. Als er versuchte aufzustehen, sank er beinahe sofort wieder zurück. Alles drehte sich und seine Hand bestand nur aus heißem Schmerz. Sam schloss die Augen und versuchte, den Schwindel niederzukämpfen, als die Tür aufgerissen wurde. »Wo bleibst du? Das Frühstück macht sich nicht von allein!« donnerte Diana. »Mir geht es nicht so gut. Ich kann nicht aufstehen«, stotterte Sam voller Angst. Er machte sich bereit, hochgezogen zu werden, aber nichts geschah. Plötzlich spürte er eine kühle Hand auf der Stirn, die aber viel zu schnell wieder verschwand. »Dann geh zu Dr. Martin, aber beeil dich!«, hörte er Diana sagen, ehe die Tür wieder ins Schloss fiel. »Gehen? Wie sollte er das machen? Aber was blieb ihm übrig?« Sam drückte sich hoch und kroch auf allen Vieren, wobei er die verletzte Hand kaum nutzen konnte, zur Tür und zog sich an der Wand hoch. Es dauerte bald zehn Minuten, bis er sich die Treppe nach oben gekämpft hatte. »Mach schon!«, knurrte Cameron, der bereits am Frühstückstisch saß. Caden grinste höhnisch. Sam atmete tief durch und schaffte es aus dem Haus, ohne umzukippen. Die Krankenstation lag nur einmal über den Dorfplatz, aber schien im Moment unendlich fern. Sam lief langsam und doch brach er auf die Hälfte zusammen. Keuchend versuchte er wieder auf die Beine zu kommen, aber er war zu schwach. »Sam?« Er kannte die Stimme, die nun zu ihm sprach. Es war Ben, der Nachbar von früher, der sich immer um ihn gekümmert hatte. »Geht schon!«, sagte Sam nun und versuchte erneut, wieder aufzustehen. Plötzlich spürte er große Hände, die ihn nach oben zogen. Ben konnte er nur verschwommen sehen, und hätte dieser ihn nicht gehalten, wäre er sicher wieder auf den Boden gefallen. »Wirrst du zum Doc?«, fragte der Mann nun. Sam nickte schwach. »Okay.« War alles, was Ben sagte, dann verlor Sam den Boden unter den Füßen und wurde auf die Arme gehoben. »Doc!«, rief Ben, nachdem er mit Sam auf dem Arm in die Krankenstation getreten war. »Was ist denn passiert?«, hörte Sam, der die Augen, ob der starken Kopfschmerzen geschlossen hatte, Dr. Martin fragen. »Keine Ahnung, hab ihn auf dem Platz gefunden und fand es seltsam, dass er barfuß und im Schlafanzug draußen war.«, erklärte Ben. »Komm, bring ihn bitte in mein Behandlungszimmer.«, sagte Alexander Martin. Sam spürte, wie er abgelegt wurde. »Okay, also, ja, ich bin dann weg.«, hörte er Ben sagen, und ehe er sich bedanken konnte, war dieser verschwunden. »Ach, Sammy, was ist denn passiert?« Alexander legte dem Kind eine Hand auf die Stirn. »Bei Gott, du glühst ja.« Dann kam es ihm. »Meine Hand«, sagte Sam leise und hob die verletzte Hand. »Okay, zeig mal her«, sagte der Arzt und wickelte den provisorischen Verband ab. Er keuchte. Die Wunde war schlimm infiziert und die Rötung zeigte ihm deutlich, dass Sam eine schwere Blutvergiftung hatte. Schnell holte er alles, was er brauchte. Er legte dem Junge einen Zugang und hängte eine Infusion mit einem starken Antibiotikum an, während er die Hand in eine Wundlösung legte. »Wie ist das passiert?«, wollte er wissen, als er fertig war. »Hab mich geschnitten beim Umgraben, weiß nicht irgendwas.«, sagte Sam, der durch den kühlen Lappen auf der Stirn langsam wieder Clara sehen konnte. »Ja, sowas dachte ich mir. Solche Wunden muss man sofort ausspülen und verbinden. Du hast ja eine Blutvergiftung. Aber keine Sorge, bis heute Abend sollte es dir besser gehen. Du bleibst aber erst mal so lange hier.«, sagte der Arzt, nahm die Infusion und legte sie Sam auf den Bauch, ehe er ihn hochhob und in eines der Krankenzimmer brachte. »Ich gebe Cameron Bescheid, dass du hier bleibst, okay?«, fragte er, nachdem er Sam in eines der Betten verfrachtet hatte. Sam nickte matt. Alexander wollte schon gehen, besand sich dann aber und setzte sich zu dem Kind auf das Bett. »Sam, ich muss dir was sagen. Ich werde das Rudel verlassen.«, begann er. Sam riss die Augen auf. Er hatte das Gefühl, eiskaltes Wasser würde seinen Rücken hinablaufen. »Meine Gefährtin lebt ja in einem anderen Rudel und wir wollen endlich eine Familie gründen. Wir sehen uns so schon viel zu selten. Meine Eltern leben nicht mehr, aber ihre Familie schon, also habe ich beschlossen, zu ihr zu ziehen. Das verstehst du doch, oder?« Sam liefen bereits Tränen über die Wangen, ohne dass er dagegen etwas tun konnte. Der Arzt war der Einzige, der sich seit seinem achten Geburtstag um ihn kümmerte und ihm half. Er war der Einzige im Rudel, den Sam als Freund bezeichnete, und nun würde er gehen und damit auch sein einziger Beschützer. »Nicht weint, Sammy. Ich weiß, du bist stark und du wirst hier einen Gefährten finden, der dich beschützt und dich liebt.«, sagte Alexander und zog den schluchzenden Jungen in die Arme. Natürlich wusste er, wie sehr das Kind litt, wie schwer jeder einzelne Tag für Sam war. Am liebsten hätte er ihn einfach mitgenommen, aber es ging nicht. Es wäre ein Verbrechen gewesen, und er wollte sein neues Rudel nicht zu einem Konflikt aussetzen. Er hoffte für Sam, dass er wirklich hier einen Gefährten finden würde, denn wenn nicht, dann würde er entweder endgültig verstoßen werden, oder Cameron würde ihn vergewaltigen lassen, damit er Kinder bekam und das Rudel wachsen konnte. Alexander drückte Sam enger an sich und hoffte, dass Letzteres. nie eintreten würde.